Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, hier ist die Firma Haustechnik Vosswinkel. Wir präsentieren voller Stolz ein neues Video, denn es ist mal wieder Zeit und heute geht es um den Lagerfuchs. Ihr Lieben, wir sind nicht ohne Grund im Lager, denn ums Lager soll es natürlich heute gehen. Wir wollen mit dieser Videoreihe den Lagerfuchs euch ein bisschen näher bringen. Worum geht es bei der ganzen Nummer? Ich habe eine schöne Anekdote, warum das auch tatsächlich nötig ist. Unser Großhändler, der uns mit Ware beliefert, hat nämlich einen Computerausfall gehabt und in den letzten zwei Tagen kein Material anliefern können, weil eben die Technik bei denen nicht funktioniert hat. So kam jetzt heute auf einen Schlag das Material von zwei Tagen an und es waren plötzlich alle wild am durcheinanderlaufen, um herauszufinden, ist denn jetzt auch wirklich alles da, auf das wir in den letzten zwei Tagen gewartet haben. Letztlich hat es glaube ich drei oder vier Mann gebraucht aus dem Büro, die jetzt hier diesen Lkw entladen haben und das Ganze gecheckt haben. Unser Ansatz ist der, dass wir das Lager im Prinzip nicht nur in physisch vorhandener Form hier, sondern auch in digitaler Form mit Hilfe einer Software abbilden wollen, damit wir möglichst transparent alle an dem Prozess beteiligten Menschen alle Informationen geben, die sie brauchen. Und deswegen haben wir in den letzten Monaten angefangen, unsere eigene Lagersoftware zu entwickeln. Die ist bewusst eigenentwickelt und ich weiß, man könnte auch eine Warenwirtschaftssoftware kaufen, die ist aber so groß von ihrem Funktionsumfang und wir würden letztlich nur so viel davon gebrauchen. Da wir es einfach halten wollten, da wir es möglichst intuitiv halten wollten, haben wir uns überlegt, wir machen uns was Eigenes und das, was das ist, will ich euch jetzt mal zeigen. Also ihr Lieben, nachdem ihr gesehen habt, wie bitter wir ein bisschen Ordnung und Struktur im Lager nötig haben, will ich euch in einem zweiten Schritt schon mal zeigen, wie viel von dieser angedachten Softwarelösung wir bereits entwickelt haben. Deswegen blendet der Jens, unser Technik-Guru in Sachen Film und Fernsehen, da lacht er, in Sachen Film und Fernsehen hier dann entsprechend den Bildschirm vom iPad ein, den ich jetzt sehe und den ihr jetzt genau jetzt auch seht. So, kleine künstlerische Herausforderung für den lieben Jens. Ja, ist klar. Also, wir haben in dieser Software grundsätzlich verschiedene Benutzer und damit auch verschiedene Rechte, die man anlegen kann. Das heißt, neben demjenigen, der Sachen einlagert, Lagerist oder dem dafür nötigen oder dem dafür zuständigen Mitarbeiter, gibt es dann auch diejenigen, die das Ganze mitnehmen, also die Techniker, die dann entsprechend das Material brauchen. Über das Dashboard, was aktuell noch nicht fertig ist oder auch noch nicht so richtig strukturiert ist, wird dann der Disponent, also derjenige, der das Material bestellt, der die Termine macht, entsprechend die Möglichkeit haben zu sehen, welche Warenkörbe existieren und für welche Kommissionen, sagt man bei uns, brauchen wir entsprechend Material. Die Einlagerung von Materialien funktioniert aktuell mit dem UGL-Format. UGL ist eine Standard-Kommunikationsschnittstelle, die es im SHK-Gewerk und möglicherweise auch in anderen Gewerken irgendwo gibt. Bei uns ist die auf jeden Fall gängig und auch schon extrem alt und sagen wir etabliert. Diese UGL-Dateien kriegt man vom Großhandler oder wir zumindest kriegen das für jede Bestellung, die wir dort tätigen. In der derzeitigen Version haben wir die zum Drag & Drop, zum Einfügen. Wir werden aber irgendwann auch so einen FTP-Server-Upload da haben, dass die Dateien dann quasi automatisch holt. Bevor ich das jetzt in allen Details erzähle, sei nur gesagt, hier an dieser Stelle laden wir die Bestellungen vom Großhandel rein. Damit weiß die Software dann, ich hoffe, ich kann euch das jetzt auf die Schnelle zeigen. Ja doch, hier weiß die Software dann, ob es eine Bestellung gibt. In dem Falle gibt es hier eine Bestellung 000815, sehr schön, in der wir dann erkennen können, okay, da gibt es entsprechend eine hinterlegte Bestellung und über diese hinterlegte Bestellung ist in dem Falle noch nicht alles da. Wir können aber, und dann greift der Lagerist, über die Funktion einlagern, dann anfangen, wenn die Ware kommt, diese ganzen Materialien, die hier stehen, entsprechend einzulagern. Wenn man das tut, dann sieht man hier oben, wird der Balken dann so langsam aber sicher grün. Wenn dann alles da ist, sollte er mutmaßlich auch dann komplett grün sein. Und diese Sachen kann man dann über die beigefügte Kamera, hier, da, guck, da ist der Jens. Hallo Jens! Hallo, Mann! Kann man dann entsprechend über einen QR-Code, der auf den Kisten klebt, in die die Sachen reinkommen, dann einem Fach zuweisen. Dann weiß die Software, okay, an dem und dem Fach liegen diese Sachen. Und dann kommt der Techniker über seine rechte Stufe mitnehmen. Ja, weiß ich. Über seine rechte Stufe mitnehmen und kann dann, ich glaube, wenn wir alle nehmen, gibt es auch ein hinterlegtes Projekt. Kann dann eben sagen, okay, ich möchte das Ganze mitnehmen. Dann drückt er auf den kleinen Einkaufswagen, hält wieder entsprechend, kriegt hier oben genannt, wo er hingehen soll im Lager. Hält dann auch wieder den QR-Code davor. Hallo Jens! Der fängt schon vorher an zu winken. Hält den QR-Code davor und kann das Material dann entsprechend mitnehmen. Klingt nach ein bisschen viel Aufwand, macht aber den besonderen Vorteil, dass wir in Zukunft eben alle auch digital, ohne dahin gehen zu müssen, wissen, sind gewisse Materialien da oder sind sie nicht da. Das Ganze ist aktuell noch ausgelegt, rein für das Kommissionsgeschäft, also für die Artikel, die wir täglich oder für Kunden bestellen. Wir werden das Ganze noch aufbohren. Hier oben über die sogenannte Artikelfunktion auf weitere Artikel, die es hier bei uns gibt, also Schnelldreher, die wir jeden Tag brauchen, so kleinen Hilfs- und Betriebsstoffe und ganz wichtig auch das Thema Ersatzteile, dass wir also mit diesem iPad jeder Mitarbeiter, vor allen Dingen der, der Notdienst hat, sonntags auf der Couch erkennen kann, haben wir das Ersatzteil, was ich bei diesem Kunden im Notdienst brauche, haben wir das wirklich auf dem Lager, anders und auf gut Deutsch, lohnt es sich die Jogginghose auszuziehen und eine Arbeitshose anzuziehen oder fahre ich vollkommen umsonst in mein Lager oder zu meinem Unternehmen in das Lager und stelle dann fest, dass es das benötigte Ersatzteil dort nicht gibt und dann fahre ich wieder nach Hause und ziehe mir die Jogginghose wieder an. Also, darum geht es dann auch in diesem Bereich Artikel. So, jetzt habe ich genug geschwärmt, jetzt geht es darum, die ganzen Artikel, beziehungsweise mal diese ganze Software hier ins Leben zu bekommen, an den Start zu kriegen und dafür müssen wir eben jetzt so ein paar Sachen machen, die wir aber dann auf das nächste Video dieser Reihe verschieben, damit ihr dann auch wieder über die aktuellen Stände informiert werdet. Soweit dazu. Wer jetzt von euch noch Fragen hat zum Thema Lagerfuchs, der kann gerne Kommentare schreiben, Nachrichten schicken, Brieftauben losschicken, was auch immer euch vorschwebt. Für den Einstieg von der Lagersoftware, die wir hier in Zukunft verwenden wollen und uns selber entwickelt haben, soll es das erstmal gewesen sein. Wir vertagen uns für eine Woche und ihr müsst euch jetzt leider eine Woche lang gedulden, bis es wieder heißt, es ist Mittwoch, 18 Uhr, ein frisches Video von Haustechnik Vosswinkel ist da, um euch zu erfreuen. In diesem Sinne, wir legen uns hin und schlafen. Schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss!